Es gab eine Zeit, in der wir friedlich miteinander vereint waren. Doch diese Welt hat sich verändert. Um den Frieden wiederherzustellen, müssen wir den letzten Drachen finden. Hallo? Siehst du? Wir brauchen dringend deine Hilfe. Die Welt ist zerbrochen. Ich bin nicht gerade der beste Drache. Meine Raya und ich machen die Welt wieder ganz. Festhalten. Oh, mein Fehler. Streame Raya und der letzte Drache. Exklusiv zuerst auf Disney+.